Ich hasse es, wenn die mich zurücklassen. Hey, das ist doch Shadow. Ich sollte wirklich aufhören rumzujammern. Jeder hier gibt sein Bestes, um die Welt zu retten und ich sollte da keine Ausnahme sein. Shadow, wir brauchen dich. Bitte hilf uns. Alles läuft gerade nach Plan. Warum sollte ich ihnen helfen? Es ist ohnehin zu spät, um noch jemanden zu retten. Das stimmt nicht. Ich weiß, dass sich Leute wegen der unwichtigsten Dinge streiten. Manche Menschen können selbstsüchtig sein, wie der Professor gesagt hat. Doch tief in ihrem Herzen sind sie gut, solange sie weiterkämpfen und träumen dürfen. Es gibt immer einen Grund, sie glücklich zu machen. Deshalb musst du ihnen helfen. Sie zu retten ist etwas Gutes. Shadow, ich flehe dich an. Bitte, tu es für sie. Gib ihnen eine Chance. Für eine bessere Zukunft. Die Menschen auf diesem Planeten haben es verdient, glücklich zu sein. Bitte gib ihnen die Chance dazu. Lass sie ihre Träume leben. Shadow, ich weiß, dass du das kannst. Genau das ist der Grund, weshalb du auf dieser Welt bist. Sayonara. Shadow. The Hedgehog. Das habe ich ihr versprochen. Und ich muss mein Wort halten. Das war ihr letzter Wunsch. Shadow? Ich muss jetzt los. Ich werde Marias Wunsch erfüllen. Und auch deinen. Ich werde mich überraschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017